Bei Borussia Mönchengladbach geht ein neuer Stern am Horizont auf, Shio Fukuda. Der junge japanische Offensivspieler steht mit gerade einmal 19 Jahren vor einem großen Karrieresprung und dem Aufstieg in die Profimannschaft des Bundesligisten. Diesen Dienstag gab Sportdirektor Nils Schmattke diese aufregende Neuigkeit bekannt und unterstrich damit Fukudas vielversprechende Entwicklung. Für Shio ist dies eine Belohnung für seine bisherigen Leistungen, eine Belohnung für unsere Talententwicklung und es zeigt uns allen, in welche Richtung wir gehen wollen, sagte Schmattke und zeigte die Begeisterung des Vereins für das aufstrebende Talent. Shio Fukuda, der japanische Stürmer, der seit seiner Ankunft am Niederrhein vor einem Jahr die Herzen der Fans erobert hat, hat sich über die Jugend- und Regionalligamannschaft der Gladbach A bis in die Profimannschaft hochgearbeitet. Mit gerade einmal 19 Jahren zeigt Fukuda bereits sein Potenzial auf dem Spielfeld. Shio hat sich in den letzten Wochen und Monaten immer wieder bewährt, ob im Talenttraining, in Spielen mit der U23 oder im Training mit den Profis. Wir haben Shio immer im Auge behalten, hob Schmattke seine Konstanz und Leistung hervor beeindruckende Leistung des jungen Stürmers. In dieser Saison erzielte Fukuda in 13 Spielen der Regionalliga West 5 Tore, ein klarer Beweis für sein Können und seinen bedeutenden Beitrag zur Mannschaft. Die Entscheidung, Shio Fukuda in den Profikader zu befördern, ist nicht nur ein Meilenstein in seiner Karriere, sondern auch ein Statement für die Vision des Vereins für die Zukunft. Borussia Mönchengladbach engagiert sich für die Entwicklung junger Talente, und Fukuda ist ein klares Beispiel für dieses Engagement. Fans können erwarten, mehr von Fukudas agilem, technischem Stil zu sehen, der bereits auf den Plätzen der Regionalliga West seine Spuren hinterlassen hat. Sein Aufstieg in die erste Mannschaft ist ein Zeichen des Vertrauens in seine Jugend und seiner Fähigkeit, zum Erfolg des Vereins beizutragen. Jetzt wollen wir die Meinung der Fans von Borussia Mönchengladbach hören. Was halten Sie von Shio Fukudas Aufstieg in die Profimannschaft? Sind Sie gespannt darauf, ein junges Talent auf dem Bundesligaplatz glänzend zu sehen? Hinterlassen Sie unten Ihre Kommentare und teilen Sie uns Ihre Erwartungen an Fukudas vielversprechende Zukunft im Klub mit.